So, in drei Tagen ist es soweit. Da geht es in den wohlverdienten Sommerurlaub und das heißt, jetzt fängt einmal die Vorbereitung für den Urlaub an. Schritt 1, wo fliegen wir eigentlich ganz genau hin? Und das erkläre ich euch nicht selbst, sondern jemand anderer. Marichan, komm mal zu mir. Wo ist deine Sonnenbrille? Brauchst du die jetzt? Nein. Du Marichan, wenn wir jetzt noch drei Tage, dann fliegen wir auf Urlaub. Weißt du nach wo wir hinfliegen? Ja, nach Griechenland. Und wohin? Zum Robi. Zum was? Zum Club. Zum Robiclub? Ja. In den Club Robinson? Ja. Nach Kilini Beach. Weißt du, wo das ist? Nein. Soll ich dir das zeigen? Warte, ich hole mal was. Lass mich mal kurz aufstehen. Opa! So, pass auf. Wir haben da eine ganze Karte. Schau mal. Da ist die ganze Welt drauf. Also wir sind da. Da ist Österreich. Ja. Da ist das klitzekleine Österreich. Und wir fliegen dann mit dem Flugzeug da runter. Da her. Da ist Griechenland. Schau mal. Ja, wo ist der Robi? Und da irgendwo müsste der Robi-Club sein, glaube ich. Oder so. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber da, da herunten irgendwo ist der Club. Ja. Ja? Da fliegen wir in den Flugzeug. Und Papa? Ja. Und wo ist Amerika? Ist da? Amerika ist da drüben. Und wo ist das Amerika? Das da ist alles Amerika. Da ist alles? Ja. Aber da fliegen wir nicht hin. Wir fliegen jetzt zum Robi. Du sitzt am Robi drauf jetzt gerade. Ich? Mhm. Jetzt haben wir noch drei Tage Zeit. Was müssen wir mitnehmen? Den Robi. Deinen Stoff, Robi. Du, was müssen wir wirklich noch mitnehmen? Überleg mal. Was müssen wir noch einpacken in den Urlaub? Spielsachen. Spielsachen. Mhm. Okay. Eine Sonnenbrille, eine Sonnencreme. Eine Sonnencreme ist ganz wichtig. Warum? Weil es so heiß ist. Mhm. Scheint die Sonne in Griechenland. So wie da jetzt eigentlich. Oder Meer, glaubst du? Ja, Meer. Und ein Meer gibt es da auch? Brauchst du eine Badehose? Ja. Mein Bikini. Dein Bikini müssen wir einpacken. Noch was? Oder war es das schon wieder? Das war schon wieder. Echt? Brauchst du keine Leiberl, keine Hosen? Oh ja. Und Sandkübel. Einen Sandkübel brauchst du auch? Für? Zum Sandspiel. Am Strand? Na ja. Da müssen wir jetzt schon langsam Koffer packen. Was willst du machen beim Robi? Tanzen. Tanzen? In der Disco am Abend? Ja. Kinderdisco? Ja. Mit den Robis? Ja. Ja, so ist das. Drei Tage haben wir noch. Wir haben schon langsam heiß Sachen vorbereitet. Ich habe mir jetzt den Club einmal näher angeschaut. Es gibt einen herrlichen Strand. Es gibt herrliche Pools. Es gibt einen Kinderbereich. Es gibt Sport. Tennis zum Beispiel. Wären wir Tennis spielen, Marie? Ja. Magst du Tennis probieren? Ja. Wie geht denn Tennis? Weißt du das? Ja. Da braucht man ein Ball und den Ball muss man in den Korb schupfen. Fast. Das ist Basketball, was du meinst. Ja, T-3 Tage. Wir sind schon ein bisschen aufgeregt, weil wir freuen uns auf den Flug. Ja. Weißt du dich schon aufs Fliegen? Ja, und ich krieg beim Fliegen Spaghetti. Das weiß ich nicht. Wir fliegen in der Früh. Da gibt es eher ein Frühstück. Aber wir freuen uns schon. Und morgen werden wir noch ein paar Sachen besorgen für unseren Urlaub, okay? Wir freuen uns morgen. In drei Tagen. So. Drei Tage noch. Wir sind ein bisschen aufgeregt. Morgen heißt Sachen besorgen. Ja, und ich bin schon aufgewickelt. Urlaub, wir kommen. Urlaub, wir kommen. Genau.